Musik 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 Ja, Sek, als auch gegen Britten, aber cool hat er solche Gewichtsvorteile. Und? Ja, und es geht blitzschnell immer voran für Bremerhaven. Weg zum Korb, aber in die Hände eines Eisbett-Spielers, der Ball geht schnell nach vorne. Keringenloff. Und Amanimo kommt daran. Für zwei zur Führung. Badu im Gegendruck, meine ich. Badu-Bruck durch. Ja, schön aufgepasst dann von Keringenloff. Ja, doch einige Fast-Breaks jetzt. Oh, schöner Block von Kevin Yebole. Er klärte den Ball einfach aus den Händen raus. Und Kevin war auch schneller. Er war jetzt deutlich zu kurz von Ersek. Ja. Auf der anderen Seite Lach. Und er trifft ihn. Hat er einfach auch Schnelligkeitsvorteile. Und jetzt auf der anderen Seite der nächste. Ja, klar ist. Und well, bei den Austen wäre dann eben auch nicht mehr ganz mit der Kraft. Ja, und ich weiß nicht, beziehungsweise... Ja, ich weiß nicht, beziehungsweise... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, und Keringenloff. Und Keringenloff. Matthias Scherich hat ihn jetzt zwei Mal eis-kalt reingeknallt. Ja, Topscorer der Partie. Mit 15 Punkten jetzt. Ja, und Kili-Mack hat sie Lüppig gesehen. Oh, Keringenloff. Boah. Aber der fühlt es jetzt aus sich der Alstair. Oder auch mittendrin. Aber wahrscheinlich hätte man bei Waverly Austin mal auf seine Block aus Beute gucken müssen. Ah, der ist kassel. Dafür wird einfach besser präsentieren, besser einschalten können, gerade was die Punkte ist. Oder was Scoring angeht. Ja, vor allen Dingen Konrad muss man sagen. Von daher, alle sind herzlich willkommen und eure Unterstützung wird immer gebraucht. Stimmung in der Halle motiviert die Spieler und auch Spieler wie Kevin. Der beiden Mannschaften. Für die Eisbären stehen Reichel, Arano, Leicester, Oehle und Kering Lohr. Beide Mannschaften hier immer so ein bisschen gegenhalten, den anderen nicht wirklich abziehen lassen. Dann wird es spannend, ganz am Ende. Lohr jetzt aber mal. Von Hooper. Bei 20 Punkten ist er angekommen, kommt der Gute. Kering Lohr, weniger Spielzeit. Aber es hilft. Zusammenlaufen, dass die Kleros noch verpasst werden. Da spielen dann noch viele auch noch mal direktuell gegeneinander. Also da müsste, glaube ich, schon einiges schief gehen. Jetzt hier bei drei persönlichen Tolls angekommen. Und Kering Lohr nimmt sich den 3er, trifft den 3er. Kering Lohr. Bei Graham. Bei von Reiche. Da hat Kering Lohr. Da hat Kering Lohr. Aber Kering Lohr. Und wenn der auch noch sitzt, ja. Der Kamerad ist nicht da drauf. Aber Shane Richards immer im Austausch. Wer den sohn Junge noch aufs Feld kommt, der kann die Kering Lohr und die Diefen sind, auch beschäftigt. Die Diefen sind in Winslow. Wurf von außen. Vorne läuft. Arion, Simulano. Ja ja. Auch mal ordentlich ne Schippe draufklickt in den Playoffs. Der wäre besten. Maxis Lohr im dritten Anbau. Ich wollte mal hier schon sehen, das Play wurde gelaufen, Karrie Klob. Ein schöner Zug von Krohli zum Vorab, dann etwas Pech im Abschluss. Ich finde wieder Lester in der Ecke. Jetzt bekommt auch Micha Kohl die Chance. Die Empathie. Kann den Eisgern auch sehr gut wehtun. Irgendwo wie Robert. Bei den Egelste teilen die Dreier gar nicht. Der 3 von 15. 22 im dritten Viertel. Lauf auf Gebo. Und der braucht dann. Wege zum Scoren. Ausgemacht. Lauf mit Schönheitenpass über die Zone. Reichel aus.